Es wird manchmal mit Reform übersetzt, es ist aber damit Erneuerung und die Hinwendung zum Guten gemeint, zum Salah. Das heißt, überall, wo wir Eslah, das heißt Erneuerung, Verbesserung, in unserem Leben, in unserer Persönlichkeit, in unserem Umgang mit den Menschen, in unser Verhältnis zu Gott und zu den Menschen bringen, dort sind die Imame, dort sind die Propheten, dort ist Imam Hussain, a.s. und dort haben wir verstanden, um es geht. Wir haben einen und die Arbeit zu ermöglichen und die Arbeit zu ermöglichen werden, ist es sehr gut, und es ist die Möglichkeit zu erheben. Aber wenn sie sich nicht erheben, dann ist es nicht, es ist die Arbeit nicht. Aber sie können in dieser Arbeit, und die Arbeit zu erheben, auch in deinem eigenen Körper, mit dem eigenen Körper zu erheben, und mit dem Gedanken zu erheben. Die Frage ist, ob Arbeiten am Tag von Ashura haram ist. Dr. Fahrihi sagt, nein, es ist nicht haram, aber man muss unterscheiden zwischen Ahkam und Hurmat, das heißt zwischen den Regeln, den Gesetzen des Islam und dem Respekt, den man vor einem Ereignis haben sollte. Deshalb kann man aus rechtlicher Sicht im Verk nicht sagen, dass das Arbeiten zu Ashura haram ist, aber es ist aus ethischer Sicht gut, diesen Tag am besten nicht zu arbeiten, wenn es möglich ist. Das heißt, wenn sich jemand freinehmen kann, wenn jemand seine Schule, seine Universität oder seine Arbeit an diesem Tag freimachen kann, dann ist das sehr gut. Ansonsten kann man auch während der Arbeit an Imam Hussein a.s.w. und an sein Leiden denken. Und ich möchte dazu auch einen Satz sagen. Wir haben im Islam verschiedene Bereiche. Ein Bereich ist Fik, ein Bereich ist Achlak, ein Bereich ist Kalam. Das heißt, theologische Fragen, Fragen nach Gott, nach dem Jenseits, nach der Wiederauferweckung und so weiter. Fik ist das, was die Regeln, die Dinge, die sein müssen, die Pflicht sind, die Muster haben, also erwünscht sind und so weiter diskutieren, wie wir die Waschung vor dem Gebet machen, wie wir das Gebet verrichten, wie wir Hatsch machen und so weiter. Das ist die rechtliche Seite des Islam, also das Mindestmaß an Dingen, die wir erledigen sollten, die entweder Haram für uns sind oder Halal sind oder Mubah sind oder Mustahab sind und so weiter. Und wir haben Achlak, die islamische Ethik, die uns bestimmte moralische Dinge vorgeben. Das heißt, es kann sein, dass uns das Fik, das islamische Recht, nicht zu einer Sache verpflichtet, aber als Gläubige sind wir vielleicht Achlakan, also von der Ethik, von der Moral her, fühlen wir uns doch verpflichtet, etwas zu machen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala möchte uns nicht über unser Vermögen, über unsere Kraft belasten, aber wir können bestimmte zusätzliche Dinge machen, die aus Ethischer Sicht vielleicht besser sind. Um diese Unterscheidung noch einmal zu unterstreichen. Das heißt, wir können uns nicht über die Ausbildung und die Ausbildung auf die Ausbildung auf die Ausbildung zu tun. Ich glaube, dass die Menschen in diesem Jahr ein Verständnis verabschiedet werden können, es gibt einige Dinge, die sich in diesem Jahr zu verabschieden werden. Das erste ist, dass die Menschen in diesem Jahr, die die Mitgliedstaaten und die Mitgliedstaaten haben, diese Dinge verabschieden werden, damit die Menschen aus diesem Jahr nicht verabschieden werden. Er ist sehr wichtig, dass meine Eltern und meine Eltern zu erinnern und die Welt, die sie zu erinnern sind, ist wichtig. Die Zeitung und die Zeitung, die die Menschen haben, die sie sehr wichtig sind. Die Welt zu erinnern, die Welt zu erinnern ist, um die Welt zu erinnern. Der zweite ist, dass viele Dinge, die nicht zu erinnern haben, Wir können mit der Arbeit auf die Kinder zu verabschieden und verabschieden. Die Menschen sagen, dass die Kinder der Kinder nicht zu verabschieden ist. Das bedeutet, dass sie die Kinder aus der Kinder aus dem Kind aus dem Kind aus dem Kind aus dem Kind aus dem Kind. Sie sagen, zum Beispiel, bei meinem Fröhlichen Schmau nicht. Sie sagen, sie sagen, sie sagen, sie sagen, sie sagen. Sie sagen, sie sagen, sie sagen. Sie sagen, sie sagen. Wenn man eine Fröhliche Schmau, die Fröhliche Schmau hat, die Fröhliche erzüge und wir erzüge, wenn man sie 7-7 schmau hat, dann erzüge, dann können wir die Fröhliche Schmau mehr, die die Rhebtäne, haben wir mit dem Fröhlichen Schmau zu machen. und die drei Punkte. Die erste Punkt ist ein Fضau und ein Moment. Die zweite Punkt ist ein Raffenspieler. Und die drei Punkte ist ein Raffenspieler. Das ist die Frage. Ich frage mich, was ich zum Beispiel? Ich habe mich über die Barsche zu machen. Ich weiß, dass ich einen Raffenspieler ein Raffenspieler habe. Ich weiß, dass ich einen Raffenspieler habe. Ich habe einen Raffenspieler. Dann wird ein Raffenspieler, Die Frage ist, was können wir machen, dass unsere Kinder gerne in die Trauerveranstaltungen zu Aschola und Imam Hussein a.s. kommen? Dr. Fahri hat drei Dinge erwähnt. Einmal die Atmosphäre, zweitens das praktische Vorleben der Eltern und drittens, dass wir den Kindern eine Übersicht oder eine Erkenntnis dessen geben, weswegen sie überhaupt hier teilnehmen. Das heißt, einmal müssen wir eine Atmosphäre schaffen, in der sich Kinder, Jugendliche wohlfühlen, dass sie freundlich und anständig von den Eltern behandelt werden, dass man vielleicht darauf achtet, was die Zeit betrifft, wie lange es dauert, was alles gemacht wird, vielleicht auch was angeboten wird für Kinder beachtet. Zweitens, dass man als Eltern vorlebt, das heißt, seinem Kind nicht etwas sagt, was man selbst überhaupt nicht einhält. Und drittens, dass man den Kindern darüber berichtet, was hier geschieht und warum man sich überhaupt versammelt. Und ich möchte wiederum einen Satz hinzufügen, dass ich glaube, diese Veranstaltung hier auf einem guten Weg ist, was auch kleine Kinder betrifft, dass man sogar ein kleines Extra-Programm für Kinder so veranstalten könnte, wo jemand, der eine freundliche Person ist, die mit Kindern gut umgehen kann, vielleicht die Geschichte von Ashura kindgerecht erzählt. Das habe ich gemerkt, am Samstag ist das schon ansatzweise passiert. Und das sind auch gute Schritte auf dem richtigen Weg. Ansonsten denke ich, dass unsere kleinen Kinder auch indirekt so viel mitbekommen, selbst wenn sie nicht die ganze Zeit hier unter uns sitzen. Vielen Dank. Das ist der Grund, der Vater und der Vater verletzt wurde. Sie haben die Verletzungen verletzt. Wir haben die Verletzungen verletzt. Diese Verletzungen, diese Verletzungen, diese Verletzungen, diese Verletzungen zu haben, gibt es zwei Auswirkungen. Eine Auswirkung ist, dass Sie sich selbst selbst mit einem eigenen Geschmack zu finden, und die Geschmack zu finden. Die Auswirkungen sind die Verletzungen, die in der Verletzungen, Die Frage war, ein Vater hat sich von seiner Familie getrennt und hatte bei der Erziehung der Kinder keinen Einfluss. Die Frage ist, ob diese Kinder eine Verantwortung ihrem Vater gegenüber haben. Die Antwort Dr. Fahriis war darauf hin, dass wir gegenüber allen Menschen, ob es die Eltern sind, Vater, Mutter oder andere Menschen, eine Verantwortung haben. Und sie haben das Recht auf uns, dass wir sie gut behandeln. Dass wir die schlechte Tat oder das schlechte, was wir von anderen sehen, nicht mit dem Gleichen beantworten, sondern Gutes tun. Und das könnte vielleicht diesen Vater oder auch andere Menschen zur Vernunft bringen oder zum Nachdenken bringen, sich zu ändern. Dr. Fahriis war. Wir haben das Wort. Wir haben es ja nicht. Wir haben es nicht. Wir sind es und wir haben es nicht. Also, wir sind wir und wir sind. Wir haben einen eigenen Wunschluss. Wir haben das eine Arbeit. Der Herr sagte, das ist das Problem. Aber die Beweisung der Arbeit, die diese Arbeit anwesendungen zu geben, die das Erkenntnis zu erzeugen, Denn diese Arbeit ist wirklich notwendig. Es ist ein Grunde, dass diese Arbeit für die Sprache und die Sprache und die Sprache ist. Denn die Person, die diese Arbeit verletzt hat, nicht. Die Person, die diese Arbeit verletzt hat, kann diese Arbeit verletzt werden. Das ist eine Bewegung, die in den Augen der Menschen in diesem Raum zu erinnern, die in diesem Raum zu erinnern, nicht zu erinnern, zu erinnern. Das ist eine Bewegung, die die Schreie des Gehirns in den Augen der eigenen Gehirn nicht. Ich habe mich persönlich aus dem Geburtstag, mit denen ich mich sehr interessiert habe. Ich habe gesagt, dass ich mich aus dem Geburtstag und dem Geburtstag und dem Geburtstag zurückkehren. Ich habe mich über 2.5 Uhr darüber gesprochen. Und die Antwort auf diese Gespräche nach der Gespräche war, dass das, was du gesagt hast, wenn du diese Dinge möchtest, wirst du nicht mehr schiefst. Kannst du verstehen? Deswegen, diese Arbeit, bei der Wahrscheinlichkeit, dass ich die Menschen, die sich in die Gefahr, 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 kann ich nicht sagen, dass diese Arbeit schlecht ist. Nein! Nein, ich bin nicht in diesem Bereich. Ich bin nicht in diesem Bereich gekommen. Aber diese Arbeit ist definitiv, definitiv, definitiv und definitiv, und definitiv, nicht in diesem Bereich.